Hallo, willkommen zurück im e-Folo-Studio. Heute wird es kuschelig. Heute erkläre ich euch die Eigenschaften unserer neuen Fotodecke. Die Fotodecke gibt es in drei Grössen. 75 x 100 cm, 125 x 155 cm und das grösste Format liegt bei 140 x 200 cm bzw. 2 m. Euer Bild wird dabei vollflächlich auf eine Seite gedruckt. Die Rückseite der Fotodecke bleibt jeweils weiss. Dank der dynamischen Bildenanordnung könnt ihr auch eine Collage gestalten und diverse Bilder verewigen lassen. Die Fotodecke ist mit bis zu 40 Grad in der Waschmaschine waschbar. Sie ist Ökotex zertifiziert und deshalb auch für Babys und Kleinkinder geeignet. Die weiche Fotodecke ist mit einer Florhöhe von 5 mm Mikrofaser-Flies besonders kuschelig und lädt ein zu gemütlichen Stunden zu Hause in den eigenen vier Wänden. Die Fotodecke ist auch eine ideale und kreative Geschenksidee. Überrascht eure Liebsten und sorgt für kuschelige Momente. In diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz gemütliche Zeit und bis bald!